Passabler für den Namen. Aber es ist eigentlich recht ein cooles Minispiel. Aber es dauert halt ewig, weil die letzten durch sind. Ja. In der ersten Reihe. Na gut, ich bin jetzt aber auch nicht so gut in dem Spiel. Ich bin da echt schlecht drin. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass die Leute, die die Leute sind, einen Vorteil haben. Kann man sich da eigentlich festhalten? Ja, zumindest nicht wirklich. Äh. Äh. Ich... Oh, shit. Hm. Das war nix. Das war schlicht... Oh, das war auch schlicht. Alter, ich hasse dieses Spiel. Hab ich das schon mal erwähnt heute? Nein. Okay. Äh, nein. Ich bin aber auch echt in dem Spiel komplett ungeduldig. Ich will immer weiterlaufen. Ja, ich auch. Und vor allen Dingen, sobald Leute meinen Effekt... Ja, Gubbel ist so ziemlich weit vorne. Klar. Ja, klar. Rech mich nicht auf. Easy Game. Oh, wow. Ich wollte springen, aber ich konnte nicht mehr. Easy Game, sagt er. Und ich explodiere hier, ey. Oh, Wahnsinn. Hä. Der steht da vorne und wartet. Ist das jetzt Gubbel, oder... Ja. Ne, ne, ich bin noch ganz weit hinten. Also, ich bin nicht vorne. Ach, Mann. Er ist noch ganz weit hinten und läuft vor mir. Hör mir, ey. Was? Was denn? Ach, Mann. Ich bin... Ich kann mit diesem komischen... Mhhh, ähm. Hohoho. Dein ist mir echt... Wut gefallen. Ey. Hast du es geschafft? Ich gehe auch direkt durch. Hey. Tschüss. Okay, ich hole dich ab. War der Kanzler mal auf... Du hast schon durchgelaufen? Hä? Ich hab dich abgeholt und du bist einfach mal vorbei. Ich hab dich nicht gesehen. Wieder draußen. Ich schaue was zum Trinken, Kult. Klingt, Gubbel, gut. Ich kling gut, ja? Ja. Geiler Gubbel. Oh, wow. Ich weiß nicht, ob ich die Propelle da schlimmer finde oder nicht. Weit weg von mir. Wir sind alle relativ weit auseinander. Mal gucken, wie sich das hier entwickelt. Geil, immer die Leute, die einen festhalten. Oh, Alter. Hilfe. Ich werd hier nur rumgeschleudert. Ich werd drum geschubst. Aua. Oh. Hier sind die wieder, diese Rollen. Ey, ich glaub, die haben echt einen Fetisch für diese Rollen entdeckt. Aber die sind gar nicht so schwer hier, find ich. Nee, besser als diese Liebeskugeln auf jeden Fall. Ja. Och man, ich hatte so einen schönen Boost hier. Jetzt haben mich die anderen blockiert. Ich bin durch. Naja, ich bin auch noch durch. Ich auch. Durch mit der Welt. Das sowieso. Die Lichtschlange hat's geregelt. Dieser Name, ey. Geil. Geil. Sehr geil, ne? Ich hab wieder richtig Bock. Also, ich weiß, wer schon mal nicht weiterkommt. Ich. Ne, ich komm nicht weiter. Können ja gerne Rennen machen, wer von uns zuerst ausscheidet. Geil. Schon mal jemand nicht geküsst. Ey, wie die hier alle am Nerven sind, ey. Ist der Wahnsinn. Schiebst du mich? Wo bist du? Hier komm mal ganz oben. Ey, fass mich nicht an. Warte, ich komm. Schieb mich. Ja, ja, ja. Also, ich warte nicht drauf. Weiter, 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 weiter. Noch ein Stück, noch ein Stück. Danke. Oh nein, ich bin fast runtergefallen. Was? Ich hab mich festgehalten, ich bin mir runtergefallen. Warte, und hier müsstest du mich auch schieben. Warte, ich bin gleich da. Alter, ist das... Das ist nervig. Schieb mich. Ja, Moment, ich schieb dich. Warte. Flamia, du hättest drauf bleiben müssen. Ja, warte. Ich komm gleich drauf. Weiter. Weiter. Oder warte, schaffe ich das? Ich hab's Angst. So, ich bin durch. Ich bin zweiter. Weiter, 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 weiter. Danke. Bitte. Oh, das mit Kuppel wird knapp. Ach, easy. Schade. Vorletzter. Kein Kuppel. Bitte. Das war ich. Ich hab mich wenig aufgeregt, diese Runde. Ich hab's fast noch geschafft. Ich hab's nicht gefreut, ne? Ich hab's nicht gefreut, ne? Ich hab's nicht gefreut, ne? Äh. Äh. Ja, das hier. Okay. Ich freu mich richtig. Alter, das Spiel ist echt nervig. Kann ich hier lang wenigstens? Nein, kann ich natürlich nicht. Ich hab's nicht alle den Weg schon auswendig kennen. Äh. Richtig gesucht durch. Oh, das ist jetzt ab. Schade, ich dachte. Ich möchte ja Leute die ganze Zeit festhalten, kann ich nicht mehr machen. Wieso ist einer schon durch? Keine Ahne. Gute Frage. Äh? Sind da Hämmer gewesen? Ja, da unten. Der hat sich reinschleudern lassen. Smart. Okay. Was ist denn neben mir für eine mit so riesen Brüsten? Oh, so eine wirkliche Frau. Ja. Ich glaub, das nennt sich... Jetzt durftest du's noch sagen, Gobbel. Ja. Ach, ich glaub nicht, dass man draufkommt, was das sein könnte. Weil was beim Abschen? Ja, klar, ne? Also... Ich rede hier von Hunden, ich weiß nicht, von was ihr redet. Stimmt! Das gibt ja die Rasse! So weit hab ich jetzt nicht mehr gedacht. Alter, die Kugel, wir haben mich doch hier verarscht. Ich renne hier immer den Weg, wo sie auf einmal ist immer die Kugel. Wir hatten schon lange nicht mehr das Schwanzspiel. Das stimmt, ja. Wir hatten bis jetzt eh nur zwei Finale, ne? Also Bergspitze und... Oh, Sprungprobe. Vielleicht wurde das Schwanzspiel einfach... Ich meine auch so zwischendurch das Schwanzspiel. Vielleicht wurde das Schwanzspiel einfach gelöscht. Ach stimmt, ja. Das gibt's ja auch noch. Das Teamspiel kam sowieso schon ewig nicht mehr, aber... Ja, ja. Naja... Nee, keine Chance, ich bin einfach zu. Ja, stimmt. Allein... Also Team ist ja noch okay, aber alleine... Nervt. Nervt. Wippen. Dieter Wippen. Reimt sich auf. Statistik. Ja. Kuppel, dein Einsatz. Dürfen wir das hier sagen? Ne, natürlich dürfen wir das sagen. Ne, Pistik! Ne, Pistik! Ich bin runtergefallen, direkt am Anfang. Ja, Absturz halt nur. Geil. Die fallenden Menschen. Menschen? Ja. Typen. Ja. Ja. Immer diese Bohnen. Okay. Ähm, wie kommt bei Gubbel nur Versautes raus? Was ist, was hat versaut? Ja, aber trotzdem. Das ist mein Headset, das übersetzt alles. Achso, das Headset ist schuld. Ja, ja. Okay. Hardware ist bei dir eh nicht so. Hard? Hard ist auch einiges, ja. Bei dir? Bei mir nicht, nein. Kann ich jetzt was sagen, aber das gehört nicht hier rein. Ich hab nur Hardware gesagt. Ich hab nur Hardware gehört. Ja, dafür kann ich nix. Kauf dir neues Headset. Ich hab nur D gehört. D. D ist jetzt auch nicht besser. Bin durch. Die Frage ist, was für ein Bezug von D, ne? Meint man damit eventuell... ...ein bestimmtes Teil? Ja, man kann einfach nur ZD. Vielleicht meint man auch mit D einfach Deutschland. Genau. Das bestimmt, ja. Bin übrigens raus, ich hasse dieses Spiel, ey. Dreck, Alter. Hier, D, Dreck. Dreck, hier. Dreck, Sau. Dreck, Sau. Dreck, Sau. Dreck, Sau. Dreck, Sau. Aber ich glaub, dass wir da auch vollkommen... Oh wow, das sieht auch hier komplett anders aus. Ja, da gibt's aber auch jetzt mit Obst, das kommt von oben. Ja. Also die Perspektive haben die ja ja komplett geändert. Was haben die denn hier geändert? Die Rollen sind schneller. Ne, sind sie nicht. Nur wenn man drauf steht, werden sie schneller. Beziehungsweise wenn die Menge drauf steht. Ist doch nichts verändert, außer dass manchmal Obst kommt, aber hier anscheinend nicht. Ne. Ja, doch, doch. Wenn die Menge auf die einzelnen Plattformen stehen, dann wird das auch schneller. Zumindest sieht das nur so aus. Oh, oh, das wird schwierig hier. Ja, genau das meine ich. Oh. So. Noch zwei müssen rausfallen. Oh. Komm, fällt einer... Anfangen euch noch welche raus? Ja, noch einer? Sehen wir denn jenen Ding, der runterfällt? Nein, das sehen wir nicht mehr. Jetzt. Vielen Dank. Okay. Ich weiß nicht warum ich das probiert hab. Das war ne dumme Idee. Nein, 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 nicht runterfallen. Das wär doof. Autsch. Autsch. Oh, da ist eine oben. Hi, Gubbel. Hallo. Wie viele hier sind? Oh. Oh wow, hat mich runterfallen. Wie sind die blöde Guns, Alter? Magie, hör weiter. Oh, der hat mich runtergeschubst. Das haben wir alles. Oh, Gubbel. Weil der mich da rumschubst. Wann spielen wir Phasmophobia? Bis gleich. Gleich, das ist die letzte Runde. Also wenn ich rausfalle, ist es vorbei. Dann sollte ich mal besser nicht rausfallen, wa? Ja. Gott sei Dank. Ah ja, dieses Spiel, ey. Stufe 17. Oh nein. Nicht darf. Viel Spaß. Warum so ein Spiel? Die Äxten sind immer anders verteilt. Jetzt sind sie alle in der Mitte. Ich wollte gerade sagen, diese Hammer sind auch nicht dabei, ne? Aber Hammer nennt man das ja nicht. Ne. Also nicht immer. Man nennt die auch nicht Äxte. Die haben einen ganz bestimmten Begriff. Aber was weiß ich, wie die heißen. Aber das ist ja schon so ne Art, ne, Axt ist das nicht. Ne Säge. Ne Säge. Ähm, ja. Man sagt eigentlich mehr Sichel. Sichel? Ne Sichel ist aber für mich... Ja, ne Sichel ist eigentlich... Also... Ja. Ja, okay. Aber wir wissen, wovon wir reden. Ja. Die sind aber auch nicht immer da, oder? Also in dieser Map? Ne, nicht immer. Sag ich mal, das hier einfach nix. aus der Ringe. Die du erwischen musst. Die ich nicht hinkriege. Aber diesen Ring kann man erwischen. Boah, ich bin so scheiße, ey. Oder besser gesagt, die Bohne fällt mir einfach zu viel auf die Nase. Krieg ich den hier noch? Äh, never ever. Auf welchen sollte ich denn gehen? Ich geh mal auf den da. Das sollte reichen. Äh, yay. Geschafft. Boah. Sprungprobe. Kannst du es schaffen, Lamia. Ja, kann ich es schaffen. Aber wenn die Leute einen festhalten... Schöner Abschluss noch. Ist ja schön, wenn ich gewinnen würde. So ein schöner Abschluss. Aber ich weiß genau, dass ich das nicht schaffen werde. Glaub an dich. Glaub an das Herz der Karten. Welche Karten? Ich hab zu viel Yu-Gi-Oh. Ist das nicht Yu-Gi-Oh doch, oder? Ja, das ist Yu-Gi-Oh. Okay, ich wollt grad sagen, hab ich jetzt, äh... Herz der Karten regelt alles. Ja. Ich hab Angst vor diesen Leuten, die einen immer festhalten, äh. Ja, davon hatte ich heute auch ein paar dabei. Ich war begeistert. Festhalten, ja. Dumm festhalten. Ist hierbleiben eine gute Option? Scheiße. Wenn das hier runterfällt, bin ich tot. Kann ich nix machen. Okay, zum Glück nicht. Okay, wenn der Pinky mich nicht festhält, ist er cool für mich. Oh Gott, einer hat's geschafft. Es ist ein Duell zwischen Ente und Ninja. Und der hat's verkackt. Ah, schade. Tja, sollte halt wohl nicht sein. Oh, bei mir geht die Welt grad unter. Den kannst du auch drin. Nee, bei uns ist ja noch richtiger... Ich würd fast Tornado sagen, Alter, ist ja der Wahnsinn. Okay.